Nachdenkseiten Die kritische Website Corona-Maßnahmen Wer jetzt immer noch behauptet, der Nutzen sei durch Studien nachgewiesen, verbreitet Fehlinformationen. Ein Kommentar von Tobias Riegel Die Frage, ob Corona-Maßnahmen wie Kontaktverbote oder Schulschließungen überhaupt eine messbare positive Wirkung entfaltet haben, ist so wichtig wie strittig. Einige der damaligen Verteidiger der Corona-Gesundheitspolitik behaupten heute, die Wirksamkeit der Maßnahmen sei empirisch belegt. Das kann so nicht stehen bleiben, sagt eine neue US-Studie. In einem gemeinsamen Gastbeitrag im Magazin Cicero haben die Wissenschaftler verschiedener Disziplinen B. Kutschubei, Klaus Kreu, Christoph Kubantner, Andreas Schnepf, Roland Hohwieler, Jens Schwachtje, Harald Schwetzer, René Kieselmann, Ole Döring, Monika Meltas, Klaus Morawetz und Henrik Ullrich eine neue umfassende Multisurf-Studie aus Stanford und Harvard vorgestellt, die im Juni 2024 im Fachplatz Science Advances erschienen ist. Sie legen die Fragen zugrunde, was die massiven und oft rigoros durchgesetzten Freiheitsbeschränkungen durch Kontaktverbote, Ausgangssperren und Quarantänemaßnahmen gebracht hätten. Wozu die Isolierung Sterbender, die Verbote alte und erkrankte Menschen zu besuchen, die Verschiebungen von Vorsorgeuntersuchungen und Therapien sowie die Schließung von Kindergärten und Schulen? Wofür sei eine Maskenpflicht verhängt und juristisch durchgesetzt sowie Impfungen unter Umgehung der sonst üblichen längerfristigen Sicherheitsprüfung verfügbar gemacht worden, wofür berufliche Existenzen aufs Spiel gesetzt oder gar zerstört und Kritiker diffamiert? Die Studie aus den USA zeige, ein Nutzen der staatlichen Corona-Maßnahmen sei empirisch nicht belegbar. Bei der Frage, was haben die staatlichen Corona-Maßnahmen wirklich gebracht, seien zahlreiche wissenschaftliche Studien zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Dieser Streit wurde nun durch die umfassende Multiverse-Analyse von Aaron Bandavid und Jirag J. Patel beendet. In der bislang umfangreichsten Studie dieser Art seien demnach fast 100.000 Modelle berechnet worden, basierend auf Daten aus 181 Ländern. Das Ergebnis, so die Wissenschaftler, Zitat, Ein Nutzen der Maßnahmen ist empirisch schlicht nicht beweisbar. Wer jetzt immer noch behauptet, ein Nutzen der Maßnahmen sei durch Studien belegt, steht nicht auf dem Boden der Wissenschaft. Zitat Ende. Es würden sich derzeit die Belege häufen, dass die Mehrheit der Maßnahmen sich weder an den vorhandenen Pandemieplänen orientiert habe, noch an wissenschaftlich hochwertigen Studien, in denen ihre erwünschten und unerwünschten Auswirkungen empirisch geprüft worden wären. Oft hätten Teilinformationen aus simulierten Modellen oder ein sogenannter Expertenkonsens die alleinige Grundlage der Entscheidungsfindung gebildet, so die Autoren. Dieser Eindruck wird durch die neuen Infos aus den RKI-Files gestärkt, über die die Nachdenkseiten unter anderem in drei verlinkten Artikeln berichtet haben. Die Kontaktmaßnahmen allgemein hatten einen starken und eindeutigen Effekt. Wenn ich es richtig verstehe, dann bedeutet die US-Untersuchung aber auch, dass man den Maßnahmen im Umkehrschluss keine Wirkungslosigkeit empirisch nachweisen kann. Aber die Beweislast liegt bei der Frage eindeutig bei jenen, die neue und radikale Maßnahmen durchgesetzt und dafür lange vorbereitete, geprüfte und beschlossene Pandemiepläne sowie die dazugehörige Forschung für nichtig erklärt haben. Und diesen Beweis, nämlich dass die durchgesetzten neuen Maßnahmen neben offensichtlichen gesellschaftlichen Schäden auch Gutes bewirkt haben sollen, können sie laut Studie eben nicht führen. Zusätzlich liegt die Verantwortung für nicht erhobene Daten während der Corona-Zeit ebenfalls bei den Maßnahmenbefürwortern, denn sie hatten das Sagen. Zu keinem Zeitpunkt während der Corona-Politik wurden in angemessenem Ausmaß seriöse Daten zur realen Gefährlichkeit des Virus und zu den Folgen der neuen Politik erhoben und ausgewertet. Der Mangel an empirischer Beweiskraft hält heute manche Akteure nicht von gewagten Behauptungen ab. Der Artikel dem Cicero zitiert Christian Drostens Antwort in einem Interview mit NTV auf die Frage, ob man inzwischen sagen könne, welche der Maßnahmen wirksam waren und welche nicht. Zitat Ja, das kann man im Groben ganz klar. Wir haben jetzt einen Prozess zum Auswertungsjahr 2021 abgeschlossen, also eigentlich die Zeit der Lockdowns, der nicht-pharmazeutischen Intervention. Und da kann man beispielsweise sagen, dass die Kontaktmaßnahmen allgemein, also Ausgangssperre, Gruppengrößen, Beschränkungen und diese Dinge einen starken und eindeutigen Effekt auf Krankheitslast, Infektionszahlen, Todeszahlen hatten. Und dann gibt es davon Varianten. Eine Variante ist zum Beispiel die Schulschließung. Auch die hat einen eindeutig nachweisbaren Effekt auf die gleichen Parameter. Das gleiche gilt für Maßnahmen an Arbeitsplätzen, also sprich Homeoffice-Regelung, Testen an Arbeitsstellen oder auch die Begrenzung von Belegzahlen in Büros. Zitat Ende. Christian Drosten soll hier als ein Beispiel für viele erwähnt werden, die mit fragwürdiger Eindeutigkeit die Angemessenheit oder die positive Wirksamkeit der von ihnen unterstützten Maßnahmen behaupten. Darum folgen hier noch zwei weitere Beispiele für seine Positionen in jüngster Zeit. In einem verlinkten Interview in der Apotheken Umschau geht Drosten ab ca. Stunde 1 auch auf die Schulschließungen ein und sagt, die Schulschließungen waren sehr effektiv im Verhindern der Weitergabe der Infektion. Und überhaupt, so Drosten, Ausgangssperren, Kontaktmaßnahmen etc., das lässt sich alles belegen, das war sehr effektiv. Alles hat aber eben einen Preis. In einem kurzen Ausschnitt aus einem Interview vom 6. August sagt Drosten, die effektivste Maßnahme ist die Ausgangssperre. Diese Maßnahme hätte eindeutig die stärkste Wirkung gehabt. Was würden Sie deshalb im Nachhinein sagen, war die effektivste Maßnahme? Naja, also die effektivste Maßnahme ist die schmerzhafteste, die Ausgangssperren. Die haben eindeutig die stärkste Wirkung gehabt und da geht es dann eben los. Da wird es müßig, darüber zu reden, denn das will man nicht. Also wo findet man die Kompromisse? Manipulation durch Rosinenpicken? Die Studienlage sei aber mitnichten so klar, dass solche Aussagen wie die von Drosten gerechtfertigt sein, so der Artikel. Es gäbe zwar inzwischen zahlreiche Studien zur Wirksamkeit der Maßnahmen, doch obwohl jede Einzelstudie ein klares Ergebnis zu liefern scheint, zeigt sich in der Gesamtschau über alle Studien hinweg kein klares Muster. Beurteilen die einen Studien den Effekt der Maßnahmen als positiv, beurteilen ihn andere als negativ und wieder andere Studien erkennen keine Effekte. Tritt ein solches uneinheitliches Befundmuster auf, gelte es wissenschaftlich ganz generell als unzuverlässig, die Ergebnisse einzelner Studien als empirischen Beleg heranzuziehen. Denn bei der Verwendung anderer, qualitativ genauso hochwertiger Methoden würde man ja ein völlig anderes Ergebnis erhalten. In diesem Fall könne nur eine sogenannte Multiverse-Analyse weiterhelfen, schreiben die Autoren. In der besprochenen neuen US-Studie seien anhand der epidemiologischen Daten aus 180 Ländern insgesamt 100.000 mögliche statistische Modelle zu den wichtigsten Indikatoren der Maßnahmen wie beispielsweise Schulschließungen, Maskenpflicht, Zugang zu Tests und Impfstoffen und der Verläufe, Anzahl berichteter Covid-19-Infektionen und Todesfälle, Gesamtsterblichkeit analysiert worden. Ergebnis, Zitat, Es lässt sich kein signifikantes systematisches Muster erkennen. Die mit den verschiedenen Modellen erhaltenen Ergebnisse streuen breit um einen Null-Effekt. 42% aller Modelle finden die Maßnahmen geeignet, 58% finden sie ungeeignet. Wer jetzt immer noch behauptet, ein Nutzen der Maßnahmen sei durch Studien belegt, verbreitet Fehlinformation. Denn er hat offenbar willkürlich eine bestimmte Auswahl von Studien herausgepickt, deren Methodik den gewünschten Effekt ergibt und den Rest unterschlagen. Sogenanntes Cherry-Picking. Zitat Ende. Wie konnte es nur dazu kommen? Zusätzlich würden zahlreiche Hinweise auf Nebenwirkungen existieren, die durch die Maßnahmen hervorgerufen wurden. Da solche unbeabsichtigten Effekte in der Multiverse-Analyse nicht berücksichtigt worden seien, bleibe die Frage vorerst offen, ob eine entsprechende weitere Multiverse-Analyse diesbezüglich möglicherweise ein richtungsweisendes Muster zeigen würde. Abschließend stellen die Autoren diese wichtige Frage. Angesichts des Ergebnisses, dass sich bei einer solchen Aufarbeitung kein Nutzen der Maßnahmen nachweisen lässt, stellt sich umso mehr die Frage, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass empirisch nicht validierte und niemals vorher empfohlene Maßnahmen mit einem zum Zeitpunkt ihrer Inkraftsetzung empirisch bereits gut belegten Schadenspotenzial staatlich verordnet wurden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über die Aufarbeitung unserer Inhalte.